Keine Dietrich mehr. Genial, super. Boah, ich hab so richtig drauf jetzt gerade. Ich weiß nicht, was er da schießt die ganze Zeit. Jetzt finde ich wieder das Fenster, wo wir raus... raus können. So, jetzt haben wir sich immer kurz vorgeheilt. Ah, da drüben ist gleich noch einer. So, kletter mal rauf. Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Er steht da drüben auf dem Balkon. So, da ist jetzt einmal der zweite. Oder? Nein, der zählt auch nicht. Ach so, das hat der jetzt schon gemacht. Dann holen wir uns den da oben. Irgendwo. Börger, anhalten! Hier kommt die Ablenkung. Haltet euch bereit, Parton ab uns zu holen. Was ist, hier kommt die Ablenkung? Für den Parton entkommen. Nutzt euer Adlerauge, um ihn vor den Templern zu finden. Lass dich fallen, bitte. Lass dich fallen. Ich sehe ihn nirgends. Oh, da hinten ist er. Oh, das haben wir jetzt, glaube ich, vergeigt. Aber ja, mein Verbündeter ist ja schon dort. Ich bin einfach viel zu weit weg schon. Weil der war bei mir noch in der Mitte angezeigt. Ich weiß nicht, was da los war. Okay, 80 Meter. Okay, jetzt ist mein Verbündeter auch da. So, schnell in das Sperrgebiet hinein. Ach. Hm. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Jetzt holen wir sich den nochmal da oben. Perfekt. Der andere hat den dort oben geholt. So, runter, eliminiert. Luftatmung, ich. So, keine Ahnung. Bei vorne sind zwei die Hohlmöglichkeiten, auch wenn die beim Ausgang stehen. Das war sogar ein Luftattentat. Boah, der ist schon heftiger. Okay. So. Letzte Ladung Heilung geholt. Scheiße, und wo ist der Typ jetzt? Oh Gott. Kirschbomben voll. Munition voll. Und runter mit dir, weil du hast ja eine Deppete Axt. Der ist zu stark. So, schnell. Dann bin ich da. Nachdem ich auch da bin. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. herausfinden sollen wo der typ ist na komm lad schneller das kann es nicht geben hier kommt die ablenkung so sofort der hintere laufen ja jetzt schießen sie mich eklig jetzt gleich einmal hin und ich habe keine heilmittel mehr aussehr die letzte war das jetzt halt der arm schüsse auszuweichen was soll ich noch alles machen gleichzeitig die mir irgendwelche leiden programmierer und der andere mit seinen 5000 leben hat es leicht so die treppen soll ich probieren die treppen soll ich probieren was springt er jetzt auf einmal zurück so die treppen hier ist keine schusswaffe haben ich verstehe nicht wenn ich bedrückt dass man nicht hinunter hüpft dann noch mal rauf weil da unten stehen gleich welche wieso kann ich die nicht eliminieren na falsch so ich muss den einen noch mal ja den habe ich ja super ich hoffe da kommt der typ kommt mich heilen noch die treppen hätte ich jetzt gefunden das ist ein wahnsinn da das liegen alle so dumm ja bitte heilen mich wieder beleben mich doch einfach nicht blündern ah danke das wenigstens irgendetwas gemacht hast kirschbomben ich brauche rauchbomben wo kann ich kirschbomben los auch jetzt bin ich mal kiste der mich zu oft kommen werden darf ich die kiste auch noch aufmachen So geht's nicht, weil er sie aufgemacht hat, dass ich sie nicht mehr aufmache. Das wäre jetzt unfair gewesen. So. 4 von 40 Fundstücken. Der Typ ist schon wieder irgendwo weiter vorne. Wahrscheinlich schon 20 Gegner umgebracht. Was kann ich für euch tun? Perfekt. Ich bin aus den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung. Oh, endlich geschafft. Handgemachte Lower Kniehose. 2 von 4 Punkten. 2 Spiele herausfordernd, 20 Uplay-Punkte. Schön. Handgemachte mittelalterliche Gürtel, maßgeschneiderte Musketiermantel. So, fortfahren einfach. Mal schauen, wie wir weitermachen. Abgeschlossen 2 von 4 und 1 von 3. Keine Ahnung, wie ich denn nur 2 von 4 und 1 von 3 habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch machen könnte. Da drüben wäre... Boah, da sind schon wieder so viele Soldaten. Was? Wieso mich die jetzt aber mal... Nicht schon wieder. Na, was ist denn jetzt los? Ich habe ja gar nichts gemacht mit den dummen Soldaten. Bin ja nur herumgestanden. Wieso sind die so heiß auf mich? Ich bin eigentlich nur da rüber jetzt gerade. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich da... Muss ich da runter? Für die Kiste. Aber es hört sich nicht schlecht an. Perfekt. B-Interagieren. Ich weiß, dass ich das eine Rätsel noch immer relösen muss. Du kannst jetzt skillen. Ja, ich könnte skillen. Kann ich das auch direkt von hier? Oder muss ich da in einen... Da muss ich glaube ich in einen Shop. Wenn ich mir täusche. So. Eigentlich sollte ich in die andere Richtung komplett. Ja, lasst mich da vorbei einfach mal. Perfekt. Lauf einmal durch. So, wir schauen aber jetzt kurz mal auf die Karte, wo wir circa hin müssen. Wir sind wieder hier. Hier wäre das Rufzeichen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Untergrundeingang. Boah, es sind da so viele Dinge einfach noch. Ich... Nein, ich gehe jetzt Fuß hin. Vielleicht dann nehme ich ein paar so... Den Tip-Rahmen. Wie kann ich den Rahmen? Mit B. So. Sie haben 5 von 5 Massenereignisse, wie sie erhalten 500 Livre. Und 20 Jubelé-Punkte. So. Und dann habe ich nicht gewusst, dass sie fast den 1 zu 1 Maßstab haben. Äh... Ist aber cool, wenn das so wirklich ist. Und... Extrem eigentlich sogar. Weil ich hätte nicht geglaubt, dass das so... So, jetzt schaue ich mal da kurz, ob der... Oder der nächste Aussicht...